Ich störe doch wohl nicht. Tod? Ich? Ich stand oft kurz davor, aber den letzten Schritt bin ich nie gegangen. Ich wollte nur sicherstellen, dass du hier in Weishaupt glücklich bist. Diese Hallen wurden von den ersten grauen Wächtern erbaut. Atemberaubend, nicht wahr? Sie wird ein Mahnmal jener Zeit sein, in der die grauen Wächter den Kampf gegen die dunkle Brut führen mussten. Die dunkle Brut existiert nicht mehr. Du warst bei der letzten großen Schlacht noch dabei. Es war ein Triumph für uns alle. Der Erzdämon wurde besiegt und die unterirdische Höhle in Brand gesetzt. Du Narr! Ich habe dir so viel gegeben und das ist jetzt der Dank. Kannst du nicht einfach den Frieden annehmen, den ich dir biete? Dich stellen wohl wirklich nur Krieg und Tod zufrieden. Nun gut, hier sind Krieg und dunkle Brut. Mögest du dabei untergehen? Mein Wettbewerb sich! Neutбуild! XXX предdock... Den 아이�bes Niagara